Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht es allen gut. Ich habe meine Kurbel für euch vorbereitet. Ich zeige es euch jetzt erstmal langsam, dann erkläre ich sie euch. Ja, wir fangen an. Der erste Schritt ist, die Arme sind überkreuzt. Wir gehen auf, zusammen, auf, zusammen. Dabei bauten wir so, also wir gehen in den Hohlkreuz, 1, 2, 3, 4. Der Kopf geht mit, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir eine Welle, rechts geht es aus, zack, die Arme geht wie so eine Pistole, zack, Welle. Und dann, schnell, schnell. Geht weiter, die Arme gehen, 1, 2, 3. Und dann machen wir zack, zack. Wir drehen uns nach rechts. Die Arme gehen vor, wir gehen erst mit dem rechten Fuß, einklicken, 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 einklicken. Dabei gehen wir noch tiefer, zack, 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 zack. Und dann gehen wir hoch, 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 hoch. Die Arme gehen, als wenn wir so laufen. Und dann gucken wir mal gleich. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann drehen wir, 1, 2, 3, 4. Wir drehen von rechts nach links. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir mit dem rechten Arm nach hinten, gucken mit. Links, shake, shake, shake. Dann gehen wir über Kreuz, die Arme gehen hoch, wir drehen nach vorne. Nachdem wir nach vorne gedreht haben, gehen die Arme über Kreuz, zack. Erst rechts, links. Dann drehen wir nach oben, umgehen. Welle, 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 Welle. Viermal. Erst nach rechts, links, rechts, links. Die Arme gehen dabei nach unten. Genau. Dann weiter geht's nach rechts. Wir gehen auf, auf, dort. Die Arme gehen locker mit. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir einen Schritt nach rechts. 1, 2, nach links. 2. Dann machen wir einen Kick. Kick. Hoch. Also erst nach links. 1, 2, hoch. Wir drehen. Und nach dem Drehen fangen wir da an mit dem rechten Fuß. 1, 2, 3, 4. Die Arme drehen dabei. 1, 2 und jetzt oben. 3, 4. Dann gehen wir mit der Welle nach unten und machen einen Schritt nach vorne. Und zack, zack, zack. Wir gehen einen Schritt nach vorne. Die Arme tief. Zack, zack, zack. Dann ziehen. Dann übertreupt den linken Fuß dazu. Zack, zack, zack. Wir machen einen Kick. Kick. Übertreupt. Dann drehen wir. Dann rechter Fuß machen einen Tap. Tap, tap, tap. Und die Arme drehen dabei. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir eine Welle. Ein Schritt nach vorne mit dem rechten Fuß. Und zieh. Dann lasst du jetzt weiter gehen. Nach vorne. Stopp. Dann lasst du jetzt weiter. Wir setzen den linken Fuß nach vorne. 1 und 2. Dann gehen wir tief. Rechts bei links. 1, 1, ziehen. Stopp. 3, 5, 4. Das war's. Okay, jetzt zähle ich einmal die Arme. Okay, auf geht's. Der erste Schritt. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2. 1, 2, dann kommt 3, 4, 5, 6. So, in dem Moment zähle ich an mein Schnellfreude. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und jetzt einmal langsam auf Musik. So, und jetzt noch langsam auf Musik. So, und jetzt noch langsam auf Musik. So, und jetzt noch langsam auf Musik. Okay, wir nehmen euch einmal schnell auf den Sieg. Wir nehmen euch einmal schnell auf den Sieg. Wir nehmen euch einmal schnell auf den Sieg. Wir nehmen euch einmal schnell auf den Sieg.